So eine Geschichte wie Abzug und sowas, wo das alles passiert, Bruder, ist alles passiert. Das ist so, mir wurden Knarre an den Kopf gehalten, mir wurden Messer an den Hals gehalten, ich wurde gewirkt von hinten auf einmal von drei Leuten im Auto und so weiter und so fort, mir wurde das Geld abgenommen, also da sind schon Sachen passiert, wo du denkst, wow, Alter, ist das wert, Alter. Die ersten kriminellen Erfahrungen, Diebstahl, denke ich mal, mit sechs Jahren schon relativ früh, ganz klassisch für Bonbons und keine Ahnung was, obwohl ich habe mir damals schon Zigaretten gekauft, von meinem ersten geklauten Geld quasi, das war so das erste Kriminelle, woran ich mich erinnere, so, obwohl mit sechs Jahren ist es noch ein bisschen, man weiß nicht so richtig, was richtig und falsch ist, trotzdem hat man ein Gefühl, dass man gerade etwas Falsches macht und trotzdem zieht man das irgendwie durch. Dementsprechend würde ich das als erste Auffälligkeit sehen quasi, so eine Verhaltensauffälligkeit, wo man sagt, okay, da müsste man vielleicht ein Auge drauf haben. Und dann ging es halt weiter mit Diebstählen im Laden und so weiter und so fort. Also ich denke mir, ich glaube, das erste Mal wurde ich erwischt im Laden mit, da war ich noch nicht strafmündig, lass es neun Jahre, zehn Jahre sein, irgendwie sowas, ganz frisch in Deutschland noch. Hat dich jemand da herangeführt neu oder warst du eher Mittäter, wie war das? Nein, was meinst du jetzt, also an die Kriminalität an sich oder? An die Diebstähle, die ersten, hast du sie alleine begangen oder mit in der Gruppe, mit einem Freund? Also ich habe alleine gemacht, ich habe alleine gemacht, sowohl in jungen Jahren schon, es gibt ja immer so eine Klickenbildung, dass man sagt, okay, hier zwei, drei Kumpels und dann, keine Ahnung, deichseln die irgendwas aus und dann machen die irgendwas. Sondern ich habe das alleine gemacht und habe dann quasi so Geld geklaut, bin in so einen Laden gegangen und habe dann, also als kleines Kind mit sechs, habe dann so Bonbons gekauft. Es gab so, in der Sowjetunion gab es so Turbo-Kaugummis. Jeder Russe wird es kennen auf jeden Fall, zumindest die, die ein bisschen älter sind oder aus einer gewissen Zeit kommen. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Und das war für mich so als Kind mit sechs Jähriger und das Besondere an diesen Turbo-Kaugummis war, dass wenn du die aufgemacht hast, da war jedes Mal so ein Sammelbild drin. Auf Hochglanz, da gab es auch mit Comics teilweise, aber die Turbo waren nur mit Autos. Da waren immer so der neue McLaren, der Ferrari F40 war damals so, also Prototypen teilweise und so von Lotus und so weiter und so fort. Und das war meine Sammelleidenschaft einfach. Und da habe ich mit dem ganzen Block, 100 Kaugummis waren das. Diese Kaugummis waren damals relativ teuer im Vergleich. Und ich habe mir direkt so einen Block, also es hieß damals so ein Block Kaugummis geholt, so eine Packung 100 Schlickbohren drin und einfach eine ganze Stange Zigaretten, Bruder. Eine ganze Stange, mit sechs Jahren. Hast du geraucht schon? Ja, ich habe schon geraucht mit sechs Jahren. Das ist krass. Richtig schräg, so richtig schräg. Ich war aber nicht der Einzige, also ich war jetzt nicht der Einzige aus dem Viertel, sag ich mal, der geraucht hat oder so, sondern wir haben uns regelmäßig mit Gleichaltrigen versammelt. Damals waren es noch Keller, die waren immer sehr weitläufig und so, da konnte man sich gut verstecken und so. Und ja, dann habe ich halt diese Kaugummis, die jetzt selten geholt und habe dann gedacht so, was soll ich jetzt alleine damit? Das ist zu viel. Und dann habe ich angefangen zu verschenken, hier auf dem Hof und so weiter und so fort. Was war die Motivation, so Robin Hood-mäßig auch den anderen was Gutes zu tun oder auch Armut oder hatte das auch einen Wettbewerbscharakter mit den anderen? Ich denke, Wettbewerbscharakter gar nicht. Das Denken hatte ich in dem Moment gar nicht. Ich denke, es war purer Egoismus einfach. Ich wollte einfach diese Kaugummis. Ich wollte dieses, weißt du, so, das denke ich, das denke ich. Es war einfach dieses unreife, ich will das jetzt und egal wie. So, und das hat sich dann später auch durch das ganze Leben so ein bisschen gezogen. Ja, das stand dahinter. Das war so der Auslöser. Aber ich glaube, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich habe das jetzt gar nicht so große, wie soll ich sagen, ich habe gar nicht so große Gedanken dabei gehabt oder sowas. Und das mit den anderen Kindern auf dem Hof quasi, das war gar nicht mit eingeplant. Sondern ich habe erst mal die Tat gemacht, habe dann das Geld gemütet, habe dann die Sachen gekauft und so und habe dann gedacht so, okay, wohin jetzt mit der ganzen Scheiße? Das sind so einfach zehn Schachteln Zierretten. Und so ein Raucher war ich auch nicht so, dass ich jede Stunde da eine gepafft habe oder so, sondern das war mehr so ab und zu, weil man raucht. Und ich wurde, glaube ich, mit sechs Jahren von meinem Vater auf dem Baum erwischt, beim Rauchen. Weil ich dachte, ich bin voll der Kluge, bin auf dem Baum geklettert, dachte mir, hier bin ich safe. Hier sieht mich keiner, weil ich wollte einfach von den Leuten. Aber der Baum stand direkt gegenüber von meinem Wohnhaus. Und plötzlich kam mein Vater auf den Balkon und sieht mich, wie ich mit sechs Jahren auf dem Baum eine Zierrette rauche einfach. Und der einfach genau gegenüber, also ich glaube, wir haben im dritten Stock gewohnt, wenn ich mich recht erinnere. Und ich bin wirklich auch auf die Höhe des dritten Stocks geklettert quasi, ja, komplett. Sitze an meiner Zierrette, rauche so und auf einmal sehe ich nur, die Balkontür geht auf, weil ich gucke so auf dieses Haus. Gar nicht realisiert, dass es meine Wohnung da ist und so weiter und so. Das ist der Wohnen. Auf einmal kommt mein Vater auf den Balkon, so will irgendwas nehmen und beim Zurückgehen so guckt er kurz, so ganz, wie man so durch die Prärie guckt quasi, ne, so, so. Er guckt kurz so. Was ist das denn? Was ist denn mit dir schief so, ne? Ja, so. Also wir waren nicht die richtigen Raucher, dass wir jetzt so mit Feuerzeug und Zierrette rumlaufen und sowas, ne, sondern so zwischendurch mal heimlich irgendwo im Keller und so weiter und so fort, ne, sowas war das. Konntest du dann mit dem Besitz von dem ganzen Stuff halt schon anfangen, Handel zu betreiben? Hatte das für dich dann auch einen Hehler-Hintergrund? Damals gar nicht, nein, nein, damals überhaupt nicht. Noch nicht? Überhaupt nicht. Ich habe noch nichts dafür zurückerwartet oder sonst irgendwas, ne. Ich wollte einfach nur diese Ware loswerden quasi, ne, weil wo soll ich, ich bin sechs Jahre, ich meine, wo soll ich jetzt 100 Kaugummis und einen ganzen Block Zigaretten verstecken, so, weißt du, was ich meine? So, das war ja auch noch so ein Ding und deswegen war meine, ich glaube, meine Devise war so, okay, wir machen das jetzt alles platt. Bis ich abends nach Hause muss. Weil wenn ich abends nach Hause muss, Beweismittel sind vernichtet, ich komme nach Hause, alles ist safe, so, alles ist gut, weißt du, mir kann keiner was so mäßig. Ich glaube, das war, denke ich mal, der Gedanke, weil dann habe ich dann wahrscheinlich gemerkt auch, so, ey, das wird auffallen, so. Das wird auffallen und du wirst gepackt, so, auf jeden Fall, weißt du, was ich meine? Und so war es dann auch, weil ich so dumm war. Das Besondere an der Geschichte ist, wie bekomme ich als Sechsjähriger eine Stange Zigaretten? Das geht gar nicht, auch in der Sowjetunion nicht. Ich bin in den Laden gegangen, damals gab es so Upstairs-Läden, da gab es so teilweise so westliche Artikel und sowas, die wurden damals so verkauft. Da bin ich runtergegangen, da hat eine Bekannte von meinen Eltern gearbeitet. Ich, Idiot, mit sechs Jahren habe mir gedacht, ich bin richtig schlau, so, gehe da rein und sage, ja, hier, Zigaretten, Kaugummi, sie hat sich schon gewundert. Hä, wie, Zigaretten? Sie meinte, wie, Zigaretten? Ich sage, ja, für Mama und Papa. Man kennt sich, ne, und so. Ja, okay, alles klar. Ein paar Tage später haben die es natürlich getroffen, so. Und da hat die Verkäuferin gefragt, so. Hey, hier, euer Sohn war hier, so und so, dies, das, jenes. Ach was? Wirklich? Wie? Ja, hier, er hat Zigaretten für euch gekauft und so. Was für Zigaretten? Weißt du? Und so ist es aufgeflogen, so. Ich meine, also richtig dumm eigentlich, richtig, richtig, richtig dumm, so. Also, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, aber, äh, keine Ahnung. Damals hat schon so, sich so ein bisschen so, die, die Angst vor Konsequenzen war so ein bisschen fehl, weißt du, hat so ein bisschen gefehlt und deswegen, äh, ja. Wie oft wurdest du denn erwischt, bevor du straflendig warst? Oh, also jetzt richtig offiziell im Laden, so mäßig so? Ähm, nee, einmal nur. Tatsächlich einmal nur. Ich wurde einmal nur erwischt, richtig so mit, äh, mit, mit, hier, kommen Sie mal her und dies und das. Das war, weil ich noch zu jung war, haben die keine Polizei gerufen, haben mich halt gehen lassen, haben nur meine Eltern angerufen. Ich hatte damals so einen Rucksack dabei. Und da waren halt, äh, Adresse und so, ne, ist ja klar, bei Schülern so, ne. Und ja, so wussten die, wer ich bin, meine Personalien quasi, so, äh, und, ähm, ja, haben einfach zu Hause angerufen. Kurz gesagt, hier, so und so und so und so, holen sie ihren Sohn ab, dies, das, jenes und so, ne. Und da war ich ganz frisch und da kann ich dir, äh, ganz genau erzählen, was das Motiv war, ne. Was war's? Ähm, und zwar da war es so, du musst dir vorstellen, ich bin mit acht Jahren, äh, hergekommen, so, und wir hatten nichts, wir waren arm, ist ja klar, ne. So, und, äh, die anderen Kinder, vielleicht, äh, kennt der eine oder andere solche Erfahrungen auch, äh, vor allem mit Migrationshintergrund, Leute werden sich da wiederfinden, so. Ähm, man hatte halt nicht die freshsten Klamotten, so, wie die anderen, ne. Und das fing bei Klamotten vielleicht an, aber endete dann auch bei Federtasche, wir hatten Lami-Füller, was hast du für eine Tupperbox? Was ist in der Tupperbox drin, ne, so, und du musst dir vorstellen, bei mir war das so, ähm, keine Ahnung, die Box sah aus wie aus einem Ein-Euro-Laden gekauft, mäßig, ne, die ging auch nicht richtig zu, die hat auch gemüffelt durch die Dings, weißt du, die anderen hatten so verschließbare Thermoboxen, dies, das, da, weißt du, was ich meine, so. Also, also, bei mir waren das dann das billigste Brot mit der billigsten Wurst, so, ne, und alles rum und dran, und bei den anderen gab's dann so, äh, Bärchenwurst, ne, und so, ein Apfel drin, so, oder ein Duplo-Riegel oder und so, weißt du, was ich meine, so. Und ich saß dann halt da mit meinen geschmierten Dings und so und, und, und diesen komischen Trickpäckchen, diesen 0,2-Trinkpäckchen, so, weißt du, was ich meine, so. Und, äh, und die anderen Kinder, wie soll ich das sagen, so, die haben mich das auch spüren lassen, so, ne, dass die mehr haben und dass ich weniger habe und so. Mein erstes Wort, was ich gelernt habe, Bruder, in der Grundschule war Arschloch, so. Das war das erste Wort. Ich bin dann nach Hause gekommen, so, hab meinen Vater gefragt, so, was ist das, diese Arschloch, so, ne, und, äh, er sagt, äh, guck mal, wenn jemand zu dir kommt, dich Arschloch nennt, ne, sag einfach Arschloch zurück, fertig, weißt du, so, ist ein Schimpfform, bla, 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 und so weiter und so fort, ne, so. So, und dann ist bei mir irgendwann der Gedanke entstanden, so, okay, kleinen Pisser, ne, weil ich glaube, ich war schon ein bisschen erwachsener als die, ne, allein schon durch die Geschichte, durch die Migration und so weiter und so fort, äh, dadurch, dass ich auch, äh, quasi, äh, ja, so ein bisschen auf mich allein gestellt war in Deutschland quasi, ne, weil jeder hat ja so seins gehabt, so ein bisschen, und, äh, dementsprechend hab ich mir dann gedacht, okay, 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 ja, du hast den Duplo in deiner Tasche, wegen deiner Mutter und deinem Vater, die haben dir das gekauft, die haben dir das reingelegt, du hast dafür gar nichts getan, überhaupt nichts. Aber ich werde dir zeigen, ich werde das Zehnfache von dir haben, das Zehnfache von dir haben, okay, so. Ich wollte einfach nur den anderen zeigen, guck mal, was, warum fühlt ihr euch cool, weil du einen Duplo-Riegel in deiner scheiß Duperbox hast, weißt du, was ich meine, so, warum fühlst du dich cool, dass du Nike-Schuh an hast, wer bist du überhaupt, ja, ja, wenn ich will, hab ich, kann ich's auch haben, so, weißt du, so. Und das hat mich so motiviert, dass ich gesagt hab, okay, ich hab Schule geschwänzt dann, so, ne, schon echt mit neun Jahren oder so, ne, also ich bin ganz frisch in Deutschland noch, ne, äh, grad mal die, die Grundsprachkenntnisse gelernt, so, und dann bin ich geklauen gegangen, bei Pennymark, so, ich hab eiskalt einfach, ne, hab meinen Rucksack aufgemacht, so, diesen viereckigen, ich hatte keinen Scout, sondern wahrscheinlich hieß der Shout oder so, weil das die Fake-Version war davon, keine Ahnung, und hab den einfach aufgemacht und hab einfach in dieses Eisregal, so, reingegriffen, so, einmal links, rechts geguckt, so, rein und, äh, weißt du, in diese, in diese Kühlfach rein und daneben hab ich gleich den, 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 den Ranzen gestellt, so, Ranzen, der Name allein schon, ja, so, und der war ja schon viereckig, nicht wie so ein Rucksack, den du noch aufhalten musst oder so, sondern der stand stabil da, viereckig offen, ich hab einfach da reingegriffen, dieses Eis genommen, da voll, den Rucksack voll gemacht gemacht, ne, also, keine, keine, keine halben Sachen, so, ne, weißt du, äh, bei Duplo-Hanuta-Abteilung, damals gab's doch immer diese Fußball-Bilder zum Sammeln, EM, WM und so, Jürgen Klinsmann, diese ganzen Geschichten, so, ja, und, äh, ja, und so bin ich dann auch an der Schokoladentheke quasi, hab ich mich auch benommen, ne, Duplo, vier, fünf Packungen, Hanuta, vier, fünf Packungen, so, ne, und so weiter und so fort, und, äh, ja, und bin dann draußen rumgegaunert irgendwo, ne, und hab mir den Magen vollgeschlagen mit Hanutas und Duplos, ne, da wird ja schlecht nach dem dritten, vierten, fünften Ding, weißt du, was ich meine, deswegen hab ich dann irgendwann nur noch den Duplo aufgemacht, weil mir war ja das Sammelbild da drin interessant, Panini, diese ganze Scheiße und so, hab einmal reingebissen, weggeschmissen, nächster aufgemacht, äh, 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 Bild rausguck, wer ist es, hab ich den schon doppelt nicht, Tasche rein, einmal abgebissen, weggeschmissen, mein ganzer, also eigentlich hättest du, wenn du Detektiv wärst, du hättest mich, äh, verfolgen können, weil die Spur der Duplo-Verpackungen und der Hanuta-Verpackungen führte genau bis zu meinem Haus, so, ich wusste ja, wenn ich zu Hause bin, muss alles leer sein, muss alles weg sein, die Beweismittel wieder, weißt, wir müssen vernichtet sein, so, ja, und das war damals so die Motivation, dass ich gesagt habe, okay, ihr Pisser, so, weißt du, ich kann selber, meine Eltern können mir das nicht kaufen, ich verstehe das auch, dass wir grad wenig Geld haben und so weiter und so fort, dann muss ich halt meinen Arsch selber bewegen, weißt du, und das war, glaube ich, dann auch so ein, 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 so ein Fundament, was gelegt wurde, für später auch, weißt du, so, dass ich gedacht habe, dass ich, weil ich relativ früh im Leben die Erfahrung gemacht habe, quasi, ähm, okay, durch ein gewissen Risiko, was ich eingehe, durch ein gewisses persönliches Risiko, ähm, kann ich mir Sachen ermöglichen, die sonst nicht, äh, 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 möglich wären und ich muss nicht mal meine Eltern jetzt nerven oder sowas deswegen, weißt du, sondern, man kennt ja diese Gespräche, ne, so, kann ich diese Schuhe haben, oh, ey, äh, und so, weißt du, weil die Eltern haben einfach kein Geld, so, man hat wenig Geld, ist so, weißt du, was ich meine, so, und als Kind verstehst du das nicht, du bist, äh, du willst, du willst dazugehören, zu den anderen, so, und du wirst ausgegrenzt, weil du halt nicht die Schuhe hast, weißt du, ich kam dann mit Victory-Schuhen zum Beispiel zum Fußballtraining, Bruder, die hatten alle so, Halli, das Predator war damals voll innen, so, so, mit irgendwelchen komischen Dingen an vorne dran, dass es nicht so weh getan hat, wenn man geschossen hat und so, so Plastiksachen und sowas, ne, die konnten dann so die Bälle anzwirbeln und keine Ahnung was, weißt du, so, und ich kam dann mit meinem Victory, das war auch so ein bringender Moment, so, werde ich niemals vergessen, so, bis in mein Sterbebett werde ich diesen Moment nicht vergessen, so, wie ich da in diesem Fußballtraining, so, voll geil, ich freue mich, dass ich da teilnehmen durfte, weil das war auch nicht selbstverständlich, dass man einfach zum Fußball, ne, so geht, weil du musst ja monatliche Gebühren zahlen, Trikot, Stutzen, Schuhe, okay, Trikot vielleicht nicht, kriegst du vom Verein, aber Stutzen, Fußballschuhe und so weiter, ne, Tasche, ne, kostet ja alles Geld, das ist wieder eine Investition für eine Familie, die gerade aus Geflüchteten-mäßig, ne, so, es ist nicht so leicht, so, ne, und ich war voll glücklich, dass ich dann da war, hab meine Eltern therapiert die ganze Zeit, ne, und so, und so, und so, und komm dann dahin, und das erste, was ich erfahre, ist, so, ich werde auch wegen meinen Schuhen ausgelacht, so, diese Victory, weißt du, und das eine ist, das ist, das ist der eine Umstand, aber der andere Umstand, die waren aus Plastik einfach, so, weißt du, meine Füße haben einfach wehgetan nach einer halben Stunde des Todes, Alter, ich konnte kaum mehr gehen, so, weil die Dinger einfach null nachgegeben haben, die waren einfach aus Plastik, so, weißt du, so, und das war auch so ein bringender Moment, wo ich gedacht habe, okay, okay, ihr denkt, ihr seid richtig cool, ne, mit eurer Umstand bekannt, bewusst, dass keiner von denen irgendwas getan hat dafür, die haben das alle in den Arsch gesteckt bekommen, ist ja auch schön und gut, Bruder, wenn ihre Eltern was hatten und ihnen das gesteckt, ist ja alles gut, soll jeder so leben nach seinen, ähm, ähm, nach seinen finanziellen Rahmen quasi, so, ne, aber für mich war das so, okay, das lasst nicht auf mir sitzen, so, das lasst mich nicht gefallen, das lasst nicht auf mir sitzen, so, das habt ihr jetzt einmal gemacht, aber ich werde euch zeigen, ich werde geilere Schuhe haben als du, okay? War das ein Knackpunkt und der Zeitraum, in dem eine gewisse Professionalisierung eingetreten ist, so, sagen wir mal, der Übergang vom Süßigkeiten-Clauen, bist du dann wirklich Klamotten oder ein bisschen hochwertigeren Sachen, ist da eine Hemmschwelle gesunken, wie war für dich so der Übergang? Ich hab gar nicht so die Hemmschwelle gemerkt, ehrlich gesagt, weil ich bin da so langsam, langsam, langsam reingewachsen, so, ne, und es wurde halt immer krimineller, von Jahr zu Jahr, so ein bisschen, ne, und, äh, Diebstahl musste ich bald aufgeben, weil, äh, du wirst einfach zu oft erwischt, so, und wenn du ein paar Mal erwischt wurdest, dann geht das Ganze auch irgendwann vor Gericht irgendwann, ne, dann ist es nicht mehr so, dieses, okay, TV eingelassen, weil, was haben wir jetzt wegen 2,50 Euro, weißt du, so, oder, keine Ahnung, wegen 10, 20 Euro, 30 Euro, so, ne, so, aber irgendwann wirst du so oft erwischt, dass es dann irgendwann auch schon so, Jugendarrest, Knast-mäßig angekratzt wird, so ein bisschen, ne, so, und dann hab ich überlegt, ich so, ey, diese, diese Diebstahl, diese jeden Tag klauen gehen, das ist unmöglich, so viele Detektive sind in den Läden und so weiter, ne, äh, andere, äh, Personen, die Helden spielen wollen und so, das ist, das kannst du auf Dauer nicht machen, so, ne, das war für mich klar, das war so, das geht, das geht nicht, so, und dann kam relativ schnell so, ähm, der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, wie mach ich das jetzt, dann kam irgendwann Drogen dazu, Kifferei und so weiter und so fort, ne, man hat angefangen zu kiffen, ähm, und das wurde sehr teuer auf, auf Zeit, ne, so, und, äh, der erste Impuls, ich hab nicht damals angefangen mit, äh, Drogen, äh, verkaufen, weil ich mir dachte, oh, jetzt, äh, mach ich daraus ein Business oder sowas, das war überhaupt nicht, äh, der Gedanke, sondern der Gedanke war einfach nur die eigene, den eigenen Konsum zu finanzieren quasi, so, das war alles, weil es einfach zu teuer geworden ist und man wusste nicht mehr, wo man das Geld hernehmen soll, so, ne, selbst das Klauen und so hat nicht mehr weitergeholfen, ähm, ja, und dann hab ich mir gedacht, okay, alles klar, Alter, ich kenne richtig viele Leute, die rauchen, so, und die fragen mich auch immer irgendwie und so weiter und so fort und deswegen hab ich immer eine Billigste, so, warte mal, Alter, 25 Gramm sind auch, äh, billiger im Preis dann, wenn du auch ein bisschen auf Menge kaufst und so und dann, ähm, hat das so angefangen, dass ich mir gedacht hab, okay, wenn ich jetzt 25 Gramm kaufe, davon 15 verkaufe, hab ich 10 von nicht, kann ich rauchen, fertig, so, das war der Gedanke dahinter, ganz simpel eigentlich und dann hab ich das so gemacht, so, getan und ich hab mich gar nicht so kriminell gefühlt, ehrlich gesagt, sag ich dir, weil das war so, man war in diesen Kreisen, das war so, dass man jemandem ein 20er gibt oder ein 30er oder ein 50er, so, das war, weißt du, man hat sich mal gegenseitig ausgeholfen, das war ganz normal, da hast du dich nicht mal so als Dealer großartig gefühlt, so, ne, und dann hat das aber angefangen immer größer zu werden, es lief immer besser und irgendwann lief das so schnell, dass ich nicht mal diese 10 Gramm konnte ich gar nicht rauchen in der Zeit, ne, ich hab die 15 Gramm verkauft, hab dann 10 Gramm so und hab mir dann gedacht so, hä, warte mal, ich hab jetzt schon das Geld zusammen für die nächsten 25 und hab noch 10 Gramm hier, hä, ich muss die nächsten 25 Gramm holen, aber von den 25 Gramm gehen ja wieder 10 Gramm auf dieses Konto und so wurde das immer schneller und schneller und, äh, und am Ende kam auf einmal, blieb auf einmal Geld übrig, so, dann bin ich auf einmal holen gegangen, hab 25 Gramm geholt, also die Anfänge, ne, so, es war so 25 Gramm, so, Anfänge, 25 Gramm geholt und, ähm, plötzlich hatte ich das schon bezahlt, hab schon Neues geholt und hatte dann auf einmal noch 200 Euro in der Tasche und plus ohne was zu rauchen dazu, ne, und dann dachte ich, okay, Alter, so Nike-Schuhe oder so, so ein Pullover wäre schon ganz nett, so, ne, und dann, dann kam so dieses Business-Gedanke, dieses, wow, warte mal, hier ist Geld drin in der Sache, ich bin selbstständig, keiner geht mir auf den Sack, ich hab keinen Chef, ich kann so ein bisschen selber beeinflussen, wann ich arbeite, ob ich arbeite und so weiter und so fort und das Wichtigste war für mich, ich, ich kontrolliere meinen Umsatz, also ich kann ihn beeinflussen, hab ich guten Stoff, wie ist mein Service, wie verhalte ich mich gegenüber den Kunden und so weiter und so fort, ne, ich hatte Einfluss darauf, wenn ich jetzt irgendwo eine Arbeit habe, wo ich 1500 Euro verdiene, da kann ich reinknüppeln, wie ich will oder ich kann den Heimtag schlafen, ich krieg mein 1,5. Aber hier wusste ich, okay, umso mehr du Gas gibst, umso mehr du dein Geschäft quasi systematisierst und auch nachdenkst darüber, du kannst es beeinflussen, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, ne, ich gehe um 23 Uhr, mach ich mein Handy aus, dann hab ich Feierabend und dann soll mich keiner mehr anrufen. Ja, okay, dann hast du das, aber bei mir war mein Handy 24-7 an, du konntest mich um 3 morgens anrufen, ich hab dich gerufen zu meinem Kinderzimmer, hab so einen Faden gehabt mit einer Zigarettenschachtel dran, die Leute haben so Steinchen an mein Fenster geworfen, weißt du, ding, 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 Fenster aufgemacht, ja, Bruder, wie viel, so mäßig, zwei, zwei, okay, alles klar, was, zurecht, damals waren noch Haschig-Zeiten, zurechtgeschnitten, siehst du, das hier ist reingepackt, guck, noch links, rechts, kommt der, okay, pack das Geld rein, okay. Also pendeln quasi, ja, ich hab aus meinem Kinderzimmer drogengependelt, so mäßig, weißt du, komplett verrückt, so während meinen Eltern, genau, das Schlafzimmer war genau daneben, also genau daneben. Manchmal haben Leute geschmissen und ich hab zum Beispiel geschlafen oder hab's nicht gehört, weil ich Mucke anhatte oder so, kam meine Mutter oder mein Vater kam irgendwann rein, so, ey, da fliegen Steine an dein Fenster, so, was ist los, ne? Und ich so, oh, ja, ja, keine Ahnung, ja, ja, auf jeden Fall, ja, ja, ich komm, wie ist das, alles gut und so, ne? Das war so, ne, und das hat sich auch mehr entwickelt und ja, deswegen war, glaube ich, mein erste systematische Kriminalität war, denke ich mal, das Drogenhandel, so. Ja, also mit dem Einstieg beim Diebstahl, könnte man sagen, dass das der Anfang des Werdegangs war? Genau. Vom Dieb zum Dealer? Vom Dieb zum Dealer, ja, das könnte man so sagen, ja, könnte man so sagen. Vor allen Dingen, ähm, passiert sowas oft zufällig, du hast angesprochen, dass es ja natürlich nicht nur Detektive gibt, sondern auch manchmal Passanten oder Zivilisten, die Helden spielen wollen und so wird auch oft aus einem einfachen Diebstahl dann auf einmal noch eine Körperverletzung mit angehangen oder sowas. Zum Beispiel. Habst du da Erfahrungen, dass da jemand, ähm, externes auch mal versucht hat, einen Helden zu spielen oder einfach nur unterstützen wollte, wenn jemand aus dem Laden geschrien hat, haltet den Dieb oder in die Richtung? Ähm, ist mir persönlich nie passiert, ne? Ähm, aber es gab halt oft, ich bin oft ein Fan, ich hab früher Graffiti gemalt und sowas, ne? Und da gab's zum Beispiel oft erst mal Fälle, dass man angeschissen wurde einfach. Dass ein Passant vorbeigegangen ist und wir irgendwie so, ey, scheiße, da ist gerade jemand vorbeigegangen. Was meinst du? Komm, lass es weitermachen, ist gleich fertig. Und so weitergemalt so und dann der Typ hat natürlich direkt die Bullen gerufen. Also ich habe ehrlich gesagt mit dieser Heldenrolle in der Gesellschaft nie zu tun gehabt, dass mich irgendjemand festgehalten hat und sie, weißt du, hier haltet den Dieb, so wie du meintest. Das nicht. Ja, ist mir persönlich nie passiert sozusagen. Was waren denn dann die ersten Delikte, wofür du vor Gericht gelandet bist? Oh, warte mal, was war meine erste Gerichtsverhandlung? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Alter. Da muss ich meine Akten nochmal hochrollen, Alter. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Alles am Jugendlichenalter, ne? Ich vermute, das war, ich vermute, das war Diebstahl. Lass mich kurz nachdenken. Ich vermute tatsächlich, dass es Diebstahl war. Ich vermute Ladendiebstahl oder so. Oder Körperverletzung, eins von beiden. Konsequenzen, nennst du dich? Die ersten Anzeigen wurden eingestellt. Man ist noch jung, man ist unbefleckt. Man hat eine weiße Weste mehr oder weniger. Und dann ist es eher so, die erste Anzeige, glaube ich, wurde sogar feingelassen. Erstmal. Wegen Geringfügigkeit oder irgendwas. Und weil man gesehen hat, okay, ein junger Mann hat ein bisschen die Scheiße gegriffen. Okay. Aber wenn sich das häuft, ne? Irgendwann kommt dann mal so ein, das erste war natürlich Arbeitsstunden. Das ist das erste, was kommt. Erstmal wird das Ding feingelassen so ein bisschen. So, okay, denk mal ein bisschen nach. Dann kommen schon Arbeitsstunden. Dann eventuell schon Geldstrafen und so. So baut sich das langsam auf, ne? So. Und irgendwann bist du dann so intensiv, kriminell quasi, dass da nichts mehr zu machen ist, so, ne? Und dann kommt Jugendarrest und so weiter und so fort, ne? Bevor es mit Arrest losging und die intensive Phase eingetreten ist, kann man sagen, dass du dich ein bisschen mehr spezialisiert hast auf Siel. Genau, genau, genau. Und warst du ja dann eigentlich auch in einem Milieu unterwegs, wo man quasi Leute viel trifft, die ähnliche Erfahrungen haben? Es ist ja ein Unterschied, wenn man loszieht und Ladendiebstahl begeht, halt, ne? Als wenn man vielleicht in einem Umfeld ist, wo andere Kriminelle eventuell auch Straftaten begehen, andere Diebstähle, Raubüberfälle oder unter Dealern gibt es ja auch den einen oder anderen Abzug und Betrügereien und so weiter. Was hattest du da für Erfahrungen dann gemacht? Oh, Bruder, die Unterschiedlichsten, wie du schon sagst, ne? Der eine macht dies, der andere macht das und so weiter und so fort. Also man wächst so ein bisschen in so einem kriminellen Milieu auf, ne? Und bei mir war es auch nie nur das Dealen, ne? Sondern ich war so ein bisschen multikriminell. Ich habe immer geguckt, so spontan. Gibt es hier was? Wie ist das Risiko? Was ist die Beute? Steht das im Verhältnis? Und so weiter. Was ist die Straftat eigentlich, ne? Also vom Gesetzbuch, wie wird das geahndet und so weiter und so fort. Und deswegen war das hauptsächlich, war es Dealerei, aber zwischendurch kamen auch andere Sachen dazwischen, ne? So, wenn man mal irgendwas spontan gesehen hat oder sowas, ne? So, dann wurde auch mal ein Einbruch gemacht schnell. Oder dann wurde auch mal schnell irgendwie ein Typen auf der Straße ein Handy abgezogen oder sowas, ne? Also du hast auch hier und da auch die Gelegenheit da, ne? Genau, so Gelegenheitskriminelle auch, kann man sagen. Weißt du, ich hatte mein Business mit dem Verkaufen, aber man ist ja auch, der Mensch ist gierig, ne? Man will mehr. Man will aus dem einen Kilo, will man zwei Kilo machen. Aus dem zwei Kilo, will man fünf Kilo machen. Und wenn man sich denkt, okay, alles klar, wenn man sich da links und rechts so ein bisschen die Kasse aufhübschen kann, so ein bisschen, ne? Dann tut man das so, ne? Also du warst flexibel. Genau, ich war flexibel, ja, was das angeht, genau. Und gab es etwas, was du bevorzugt hast, wo du sagst einfach, ey, das ist ein bisschen mehr mein Ding gewesen als das andere? Das Dealen war schon mein Ding, Bruder, ehrlich gesagt. Das Dealen war schon wirklich mein Ding so, weil das war so dieses Kundengespräche und so, Kundenakquise, Kundenpflege und Stoff holen und dann dieses Verpacken. Also ich habe mich so ein bisschen wie so ein Einzelhändler gefühlt, ehrlich gesagt. Weißt du? Ohne Steuern zu zahlen quasi so. Aber eigentlich habe ich mich gefühlt wie so ein kleiner Einzelhändler. Und ich weiß doch, das ist für mich, ich weiß nicht, ob ich es in dem Moment bewusst erlebt habe, aber heute so reflektiert würde ich sagen, das hat mir Selbstlustsein gegeben, ja? Nicht nur aufgrund von, dass du mehr respektiert wirst, dass auf einmal Leute dir einen Arsch kriechen, dein Handy klingelt die ganze Zeit. Die rufen dich nur an, weil du Haschisch hast. Die rufen dich nicht an, weil du ein cooler Typ bist, weil sie dich feiern oder sonst irgendwas. Die rufen dich wegen Haschisch an. Aber wenn du 14 bist, Bruder, und so deinen ersten Hype auf der Straße hast, mäßig, ey, dein Telefon ist nochmal am Klingeln, du hast zwei Telefone und irgendwann, du bist 16 Jahre alt, hast zwei Telefone oder so. Du musst dich vor deinen Eltern verstecken, so mäßig, weißt du, was ich meine? Ich muss, Geld muss ich verstecken, Bruder. Mein Haschisch und mein Geld muss ich verstecken immer, wenn ich duschen gegangen bin, weil du weißt ja, wie Eltern sind teilweise. Ich bin immer duschen gegangen, ich habe alles mitgenommen, was Waage, Haschisch, Geld, weißt du, alles mit in die Dusche, geduscht, dies, das, dann warst du duschen wieder raus. Also das war so und ich habe mich gefühlt wie so, ich habe ein kleines Business so und das hat mich auf mehrere Arten bestärkt. Erstens natürlich diese Straßenprominenz so ein bisschen, du bist so ein bisschen wichtig, du fühlst dich auch wichtig so, Leute rufen dich an und alle sind freundlich, alle wollen irgendwas von dir, du bist auf einmal interessant. Frauen gucken dich auf einmal anders an, weil du andere Klamotten trägst und so, das macht was mit dir, so. Das ist, das macht was mit dir und wenn du dann darauf zurückblickst, wie hast du das Ganze geschafft? Einfach, du hast einfach 25 Gramm geholt, dann hast du irgendwann 100 Gramm gewonnen, dann sind es irgendwann ein Kilo geworden und so und dann, du hast dich einfach alleine aufgebaut. Da war keiner da, der kam, der hat jetzt gezeigt oder so, weißt du, es gab auch nicht so, bei mir gab es nicht dieses, den einen Kumpel, der verkauft hat und ich bei ihm gesehen habe, oh, bei ihm läuft, Alter, bei ihm läuft. Natürlich gab es so Leute, wo man mal selber als Konsument geholt hat und dann so geguckt hat, so, oh, er steht da so mit zwei Mädchen draußen, es ist Sommer, er ist voll cool angezogen so und dies und das und so und hin und her und so. Hast du schon so ein bisschen geguckt so und hast dir halt quasi der Klassiker, falsche Idole gesucht, weißt du, so, weil du gesehen hast, ey, der chillt den ganzen Tag, der ist den ganzen Tag in der City, schlürft hier einen Cocktail, ist da ein Burger, da kommt ein Mädchen irgendwie, jeder will was von ihm, ständig kommen irgendwelche Leute, er ist voll wichtig, sein Telefon klingelt die ganze Zeit, auf einmal geht er mit den Jungen um die Ecke, kommt wieder so, ne, und so, das hat schon imponiert, das hat schon eine gewisse Wirkung gehabt, so, aber das war jemand, der weit entfernt war von mir, er war quasi der, der, der große Bruder von meinen Gleichaltrigen, mit dem ich rumgehangen habe, mäßig, ne, so. Deswegen war ich quasi aus meiner, aus meinem Dunstkreis quasi, war ich der Erste, der angefangen hat damit, weißt du, so, und meine Kumpels waren dann die eher, die dann gesehen haben, so, oh, okay, das ist klar, denen ging es ja auch dadurch besser, ist ja klar, wenn ich meinen Kumpels rumhänge, wer macht denn die Mische, wer macht denn auf, wer schmeißt den auf Markt, weißt du, was ich meine, das ist der Dealer, so, weißt du, was ich meine, wenn dein Kumpel abends, wenn du dich von ihm verabschiedest und sagst, ey, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt nach Hause, so, und er dich fragt, äh, Bruder, kannst du mir noch ein bisschen was für mich da lassen, so, dann schmeißt du einfach ein Gramm, ein halbes Gramm oder keine Ahnung, schmeißt du ihn einfach hin und gehst einfach, verstehst du, was ich meine, das sind so Sachen, oder wenn die Leute bei dir was gekauft haben, hast du denen mehr gegeben, das Doppelte oder so, weil es einfach, Jungs sind, die mit dir chillen, so, weißt du, was ich meine, so, ähm, und wenn es darum ging, zum Beispiel, wenn du irgendwo reinkommst, weißt du, was ich meine, so, dann bist du der Erste, der, äh, was aufbröselt, der was aufmacht, weißt du, was ich meine, also, für alle, die es jetzt vielleicht nicht verstehen mit aufmachen, also, man muss Mische machen, so, das heißt, du kommst hin, machst Mische und dann können alle rauchen mäßig, so, das macht auch was mit dir, weißt du, du bist so ein bisschen so, wie soll ich sagen, Alter, ich weiß nicht, es ist auch Verantwortung auf dir, weil, wenn du mal nichts hast, alle sind auf, äh, Harman einfach, alle haben, alle haben, alle haben Entzugserscheinungen und so und alle rufen dich an, Bruder, Bruder, wann denn, Bruder, ich bin unterwegs, ich kümmere mich gerade, warte zwei, drei Stunden oder so und so weiter und dann warten die auf dich so die ganze Zeit und dann kommst du irgendwann, alle sind glücklich und du verteilst da die Bonbons und alle sind so, yeah, geil und so. Hast du dich für deren Rausch verantwortlich gefühlt? Ja, Bruder, ja, irgendwo ja. So wie auf dem Spielplatz am Anfang mit den Bonbons? Ja, ich hab mich irgendwo dafür verantwortlich gefühlt, weil ich hab ja auch selber gekifft, so, nicht die ganze Zeit durchgehend, bei mir gab's immer so Phasen, wo ich auch mal aufgehört habe, wenn ich eine Freundin hatte oder so, hab ich das nicht so gefeiert irgendwie mit, als ich dann Führerschein, Auto hatte und so, hab ich's auch nicht, dicht fahren ist so, du fährst 80 und hast das Gefühl, du fährst aber 180 so, weißt du, was ich meine, deswegen fahr ich einfach 50 oder 130, wenn ich platt bin, so, verstehst du, das ist so, das ist so, macht keinen Spaß und du hast so eine rote Augen, du denkst dir so, Polizei fährt vorbei, sieht dich, total unangenehm, so, und du merkst auch mit der Zeit natürlich, dass dich dieses Kiffen fickt, so. Da kann man jetzt erzählen, was man will und Legalisierung und harmlos und weiche Droge und so weiter und so fort, aber gerade wenn du ein 14-Jähriger bist und anfängst, dir diese Scheiße reinzuziehen die ganze Zeit, so, und ich muss dir sagen, wir sind damals aufgewachsen mit einem ganz anderen THC-Gehalt, das muss man dazu sagen, heute, Katastrophe, ich weiß nicht, was mir passiert wäre, wenn ich heute mit 14 anfangen würde zu verkaufen, so, weißt du, was ich meine, keine Ahnung, und dieses künstliche Haze würde mir wahrscheinlich jede Gehirnzelle wegpusten, so, ähm, damals war das alles noch ein bisschen schwächer und alles noch so ein bisschen, und ich hab ja selber gekippt und ich wusste ja, wie das ist, wenn du zwei, drei Tage plötzlich nichts zu rauchen hast, du bist so aggressiv, du bist ein bisschen reizbar und so, und du weißt, den Jungs geht's genauso, ist ja ganz klar, so, und dementsprechend bist du dann so, okay, ich hab's klar gemacht, gib ihm, zum einen natürlich, mein Geschäft läuft weiter, weil mit jedem Tag, wo du nichts hast, machst du ja Minus, so, ne, und du rechnest, oh, der hat angerufen, der hat angerufen, der hat angerufen, du rechnest und Summen zusammen, Alter, mir sind grad 1000 Euro durch die Lappen gegangen, weil ich einfach nichts habe, so, und ob die Leute bei dir in zwei Tagen, wenn du was hast, holen oder nicht, ist eine andere Frage, weil du bist nicht der einzige Dealer in der Stadt, da gibt's doch andere, so, ne, und dementsprechend musst du da schon hinterher sein und so, es gibt auch Konkurrenz und dies und das, ne, wer hat den Stoff, wer hat den Stoff und so, das war für mich so wie ein, äh, Brüder, wie ein Blumenhändler, weißt du, der fährt auch nach Holland und guckt sich da die Qualität und ist es gut, würde es den Kunden gefallen und, oh ja, die sieht gut aus, oh, hier ist was Neues, zeig mal her, die Blume, oh ja, ne, gib mal 10 Stück mit, ich guck mal, so ist es auch im Endeffekt als Dealer genauso, du kommst zu deinem Dealer, der zeigt dir eine Polle, hier, Polle, guck mal, wie teuer, oh, Bruder, egal, gib mal 50, ich guck mal, wie die Leute das aufnehmen. Ähm, ich hab mich gefühlt wie ein Einzelhändler, einfach so. Naja, aber die Einzelhändler im normalen Betrieb werden ja ausgebildet, ähm, die falschen Vorbilder, die du angesprochen hast, die haben eher auf Distanz imponiert oder hattest du auch im direkten Umfeld Leute, die, ähm, als kriminelle Mentoren fungieren? Nein, 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 das nicht, das nicht. Da ist was anderes eingesprungen, äh, was sehr, sehr, was bei vielen, glaub ich, der Fall ist, worüber aber, äh, in letzter Zeit hör ich das immer öfter, ich denke, weil die Leute langsam reflektieren, so, ne, aber es war so, Rap-Musik und Filme, so, haben auch einen sehr großen Einfluss gehabt, weißt du, so. Kann man sagen, was man will, so, äh, es hat schon imponiert, weißt du, so, es hat schon imponiert, so. Die Rap-Musik, wie gesagt, dieses ganze Gangster-Image und so, ich mein, als damals Managed Society rauskam, das war für uns so, wow, Alter, weißt du, so O-Dog und Kane und so, jeder wollte O-Dog oder Kane sein auf einmal, so, weißt du, was ich meine? Und, äh, irgendwelche kleinen Straßengangs wurden gegründet, was gar keine Straßengangs waren, weißt du, was ich meine? Aber so, einfach so im Keller eine Fahne aufgehängt und so, ja, wir nennen uns jetzt so und so, wir sind jetzt sie und die und so weiter und diese Tücher aus der Tasche raus und, verstehst du, dieses, äh, Blood in, Blood out, verstehst du, das hat sehr, Scarface, das hat sehr viel Einfluss gehabt auf viele Menschen, das hat sehr, sehr viel, zumindest in meinem Dunstkreis kann ich das sagen, wir haben diese Scheiße gelebt, wir haben das nicht nur geguckt und uns gedacht so, oh geil, cooler Film und so, oh, ja, hier, Tony Montana, ja, ja, klar, so, nein, wir haben das geguckt und haben gedacht so, so wollen wir auch sein. Aber wenn niemand in deinem direkten Umfeld halt so als Mentor war oder du hattest die Führungsrolle, hattest du dann eine kleine eigene Gang, kann man sagen? Nein, 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 ich will mich halt größer machen als ich bin oder sowas ganz und gar nicht, also eine Gang hatte ich nie, so, ich war immer mehr so ein bisschen der, 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 der Einzelgänger, so, vor allem was mein Geschäft angeht, ne, so, da wollte ich immer alles, ich wollte es immer alleine, es kamen immer wieder Leute von links und rechts, die mitmachen wollten, mäßig oder so, es gab mal eine Zeit lang, wo ich mit einem Partner ein bisschen verkauft habe, so, aber das war auch so, wir haben zusammen geholt, das war es aber auch schon. Wir haben zusammengeschmissen, zusammen geholt, damit wir ein bisschen bessere Kurse kriegen und so weiter und so fort, ne, beispielsweise, aber er hat auf seine Rechnung verkauft, ich hab auf meine Rechnung verkauft, so mäßig, weißt du, da gab es jetzt keine gemeinsame Kasse und so weiter und so fort. Also eine eigene Gang hatte ich nie, ich war auch nie der, der Anführer von irgendwas oder so, sondern ich hab eigentlich meistens so meine Sachen, also die Dealerei kannst du schwer verbergen, so, aber viele andere Sachen hab ich dann so im Geheimen gemacht. Ich hab die einfach gemacht und fertig und, äh, irgendwann bin ich da für den Knast gekommen zum Beispiel und meine Kumpels waren so, hä, was, wie, was, das hat er gemacht? Ach so, okay, weißt du, so, also ich war nie so, ich wollte auch nie Leute reinziehen, so richtig in meine Kriminalität, so, ne, ähm, und ja, ich war mehr so, ich wollte so, so ein Mann an mir sein, so, ich wollte das alles alleine machen, selber stützen, ne, so. Aber wenn man beginnt und besonders im jungen Alter, so im jugendlichen Alter und so weiter, wenn man halt versucht, sich in einem kriminellen Milieu zu etablieren mit was auch immer, als Diebstahl, Einbrüche, Dealerei vor allen Dingen, äh, wenn sie etwas mehr verbreitet ist, gerade, ähm, da, wo viele Kunden auch sind, sag ich mal, wird ja auch oft, sag ich mal, darum gestritten halt, ne, wer, wo, in welchem Gebiet, von wo wird was bezogen, dann gibt's natürlich auch Konsumenten, die Dealer abziehen oder auch andersrum gescamt werden halt, ne, und hier und da auch die ein oder andere an ihre Grenzen stoßen, ähm, wo war bei dir, wo gab's bei dir Reibungspunkte? Oh, Bruder, das war, das war, das war ein großes Stress, sag ich dir ganz ehrlich, das war eine sehr, sehr stressige Zeit, ne, so, weil du musst dir vorstellen, ich war so, ähm, ich war nie der Breiteste und Stärkste und so weiter und so fort, das Einzige, was mir so ein bisschen geholfen hat, war meine Größe, so, aber sonst war ich so ein Lauch vom Herrn einfach, weißt du, was ich meine? So richtig Kiffer und was essen und weißt du, was ich meine? Ich war so richtig, so, äh, so richtig dünner, so und ich hatte auch noch so ein, ähm, wie nennt man das? Irgendwas mit der, mit Stoffwechsel, weißt du? Also ich konnte fressen wie ein, ich nehme erst zu, seitdem ich 30 bin, Bruder. Mit 30 hat sich mein Körper irgendwie geändert, seitdem kann ich mir auch mal, wenn ich Gas gebe, auch mal so eine kleine Plauze anfressen oder sowas. Das war vor 30 gar nicht möglich. Das war gar nicht möglich. Meine Jungs waren neidisch auf mich. Ich geh dreimal am Tag McDonalds essen, hau mir nur scheiße Zucker rein und so eine Faxen, so, trink nur Cola 24-7, so, und du, ich bin so, ne, und, äh, meine Kumpels, die schon dann irgendwann so, ja, das T-Shirt kann ich mir anziehen, hier kommt schon eine Fett, weißt du, verstehst du? Die waren so, ey, Dicker, was ist los mit dir, ja? Was ist mit dir? Bist du eine Ente oder was? Isst du und das kommt direkt wieder raus, unverdaut oder was? Was ist mit dir los, Dicker, ja? So, das war halt mein Stoffwechsel. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's gar nicht gefeiert. Weil ich wollte stark sein, ich wollte Muskeln, ich wollte breit sein, ich wollte keine Ahnung was, weißt du, was ich meine? So, und ich hab trainiert und so auch und so, aber es kam einfach nichts. Es ist einfach so typisch Hardgainer-Scheiße, so, es kam einfach nichts, Alter. Ich hab gemacht und getan und getan und ich hab, es passierte nichts. Ich konnte fressen und trainieren, was ich wollte, ich blieb einfach so. So, und dementsprechend, ähm, ähm, meine Größe, wie gesagt, hat mir ein bisschen geholfen, so, äh, und meinem verbal, äh, äh, meine verbale Aggression, sag ich mal, ne, so, das hat mir geholfen. Also ich hab wirklich versucht, die meisten Sachen irgendwie friedlich zu klären, ohne irgendwelche Gewalttätigkeiten und so, weil ich wusste, jede Gewalttätigkeit kann mich auch wieder in den Knast bringen, so. Ich hab hier ein Business am Laufen und soll jetzt einen Kunden schlagen, der, der, der mir irgendwie, äh, die Kombischulden nicht zahlen will und geh dann wegen der Körperverletzung in den Kombikunden rein und verliere mein Geschäft und bis ich draußen bin, hat jemand anderes verbunden? Hä? Macht keinen Sinn. Wie bist du denn damit umgegangen, wenn dann Leute Kombi haben wollten, besonders wenn sie schon öfter bei dir gekauft haben oder wenn sie dann dir aus dem Weg gegangen sind und die Schulden nicht bezahlen konnten? Äh, Bruder, in der Regel hab ich das einfach auf sie sitzen lassen, weißt du? Wenn Kombischulden nicht bezahlt wurden, beispielsweise, bin ich nicht den Leuten jetzt hinterher, es gab eine Zeit natürlich, wenn ich die Leute getroffen habe und gepackt habe und so, weißt du, dann hab ich natürlich meine, meine Forderungen klar gemacht, so, ne? Aber ich war jetzt nicht so, okay, das schuldet dir jemand 50 Euro jetzt, so, ja? Ich, ich, ich opfer jetzt meinen ganzen Tag dafür und such ihn und mach und tu und so weiter und so fort. Sondern als Drogendealer musst du irgendwann wirklich, das musst du auch einplanen, ne? So, du musst einen gewissen Prozentsatz von deinem, von deinem Gewinn, den du erwartest, angenommen, du hast jetzt einen Kilo geholt, ne? Und du sagst jetzt, du verkaufst das und hast am Ende so. Rechne mal 10, 20 Prozent, rechne mal von der Summe direkt ab. Direkt. Weil es wird Leute geben, die werden dich bezahlen, okay? Es sei denn, du bist einer, der gibt dich auf Kombi. Wenn du dich auf Kombi gibst, ein anderer tut's. Wir gehen wieder Leute durch die Lappen. Das heißt, dieses Kombigeschäft ist so ein Muss irgendwo. Natürlich, wenn einer zwei, dreimal nicht bezahlt hat oder immer wieder Schwierigkeiten gab, sagst du, Bruder, Hand zu Hand, weißt du? Aber, ähm, äh, ja, normalerweise läuft es so, weißt du? Okay, also konntest du dich gut etablieren eigentlich und halten auch? Ich konnte mich gut etablieren und halten auch. Das Ding ist, Bruder, ich kannte ja auch viele Leute, weißt du? So, ich kannte auch viele Leute, so. Und, äh, Wolfsburg ist eine kleine Stadt, ne? So. Und da kennt der eine, der eine kennt den anderen und so weiter und so fort. Und, äh, dadurch ist man sowieso schon auch so ein bisschen, äh, geschützter, sag ich mal. Weißt du, was ich meine so? Aber obwohl, wie du schon gerade angesprochen hast, so eine Geschichten wie Abzug und sowas, Bruder, ist alles passiert, Bruder. Ist alles passiert. Also, du hast... Mir wurden Knarre an den Kopf gehalten, mir wurden Messer an den Hals gehalten, ich wurde gewirkt von hinten auf einmal von drei Leuten im Auto und so weiter und so fort. Mir wurde das Geld abgenommen. Also, da sind schon Sachen passiert, so, wo du denkst, so, wow, Alter, ist das wert, Alter? Waren das, äh, eine Falle, in die du gelockt wurdest? Äh, ja, 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 ja. Wie waren die ersten Male so, wo du richtig überrascht wurdest? Äh, oh, also es gab einen Fall, die ersten Male waren so ganz easy, weißt du, was ich meine? Die ersten Male waren ganz easy, also die meisten, die meisten, die meisten, äh, Abzüge, die passiert sind, sind immer undercover passiert, weil ich einfach, äh, wie soll ich sagen, so, mhm, du bist mit Kumpels und du bist relativ offen, das ist schon immer mein Fehler gewesen, ich bleib mal zu offen zu Leuten, ich sollte viel mehr verdeckt machen und so, und das heißt, die Leute kriegen dann irgendwo mit, wo bunkerst du, zum Beispiel, ne, und so weiter und so fort. Also, das heißt, mehrfach wurden meine Bunker ausgeräumt, stehst du, was ich meine? So, von mir nahestehenden Leuten, ganz klar, so, weil ich hab ja nicht, ich bin nicht in der ganze Stadt rumgelaufen, hab, Pomposa und hier, ich hab da eine Garage, wo ich bunker und so weiter und so fort, nein. Sondern, es wusste ein kleiner, mein engster Dunstkreis, wusste davon. So, das bedeutet, einer von denen war's, mit, dann, irgendwann hat man auch rausgekriegt, ne, entweder einer von denen war's, oder einer von denen hat den anderen einen Tipp gegeben, so, ne, die ich auch wiederum kannte, weil man kannte sich in der Kriminein-Szene. Meine ich ja, wenn die Stadt schon überhaupt so klein ist, und dann natürlich auch du wahrscheinlich an einer Hand abzählen konntest, äh, von den Leuten, die wissen, wo dein Bunker ist, dann ist ja nicht allzu schwer herauszufinden, ähm, wie ging's denn dann weiter, oder wie, die, also ich meine, es macht ja auch was mit einem, also, bist du dann noch verschlossener gewesen, was mit deinem, mit deiner Wahrnehmung von Loyalität halt auch, oder was vertrauenswürdige Personen angeht, wie lange hast du dich mehr verschlossen und so weiter? Man wird desillusioniert, sag ich mal, ne, man wird desillusioniert, man kapselt sich immer mehr ab, und irgendwann entwickelst du dieses Denken so, trau niemanden einfach. Vertrau einfach keiner Sau auf dieser Welt, okay? So, weil dein bester Freund im Endeffekt ist derjenige, der dir Messer reinsteckt. Die können sowieso nur Leute ein Rücken, ein Messer in den Rücken stecken, die dir nahestehen. Jemand, der dein Feind ist irgendwo weit weg, der kommt gar nicht an dich ran. Ja, wenn dein Feind kommt, du bist schon vorsichtig, du drehst dich schon, was ist los? Wie, du gehst hinter meinen Rücken. Aber ein Freund steht hinter dir, du machst dich keine Gedanken. Du bist ganz offen, entspannt und klatsch, weißt du, was ich meine? So, und das Schlimmste war, Bruder, die schlimmste Erfahrung war, so, guck mal, wenn du abgezogen wirst und dein Bunker ist leer, du kommst auf einmal, du willst für den Kunden was rausholen, auf einmal ist der Bunker leer, so, ne? Ist auch scheiße. Du hast Geld verloren, ne? Und so weiter und so fort. Du bist wieder in deinem, dein Geschäft wurde gemindert wieder quasi, ne? Du bist so, Rückschlag, das sind Rückschläge, so, ne? Man hat es ein bisschen aufgebaut, man hat eine gewisse Dings, dann kommt die Sache, dann fehlen wieder tausend, zweitausend Euro zum Beispiel, ne? Oder je nachdem, wie viel das ging, so. Dann musst du dich wieder da aufbauen, also es sind Rückschläge, so, ne? Aber das Schlimmste war eigentlich, als ich in so einen Hinterhalt gelockt wurde, oder? Wo ich so eine größere Menge kaufen wollte. Und, ähm, war in Hannover, weißt du? Und Hannover ist sowieso schon voll die depressive Stadt, ne? Also wenn du da reinfährst, kriegst du schon komplett, ne? Da ist es schon anders, so. Und bin ich da hingefahren und so, hin und her, hab mich durch Vermittlung mit ein paar Jungs getroffen und so weiter, ne? Die waren zu dritt, so. Ich hab nichts dabei gedacht, ich dachte mir, aufgeschissen. Ja, sind die in mein Auto eingestiegen, sind wir rumgefahren und so weiter und so fort. Erstmal, ich hab gemerkt dann im Nachhinein, die haben sich nicht richtig getraut, glaube ich, am Anfang so richtig, ne? Die mussten erstmal ein bisschen Mut ansammeln und so weiter und so fort. Sind wir da lang, dann da lang, dann da lang, dann da, dann auf einmal, die haben ein Haus gesucht irgendwie beim Hinterhausgang, dann auf einmal meinten die, ja, okay, so, gib mir das Geld mit, ich komm nicht wieder. Ich sag's dir, Bruder, seh ich aus wie zwölf oder was? Geld mit geben ist nicht. Weißt du, was ich meine? Weil, wenn ich dir das Geld jetzt gebe, du wirst hier reingehen, durch den Hinterhausgang, wirst du durch den Vorderhausgang wieder rausgehen und ich werd dich nie wiedersehen, so. Und deine Kumpels werden dann irgendwann tun, ey, sein Handy ist aus, ich weiß nicht, und dann werden die sich auch verpissen. Als ob ich das nicht selber schon gemacht habe und als ob ich sowas nicht schon tausendmal gehört habe, so, weißt du, was ich meine? Okay. Auf jeden Fall haben die irgendwann gemerkt, okay, einfach so, er wird es jetzt nicht rausgeben, weißt du, wir müssen ihn das schon mit Gewalt wegnehmen, so, mäßig, ne? Also, und ich bin alleine in einer fremden Stadt, musst du dir vorstellen, so, und wir sitzen so im Auto irgendwas, da einer telefoniert, ja, warte, ich muss kurz ihn anrufen, so, 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 und auf einmal kommt ein Arm von hinten, genau von dem Typen, der hinter mir sitzt, und du musst dir vorstellen, ich sitze im Fahrersitz, ganz normal, ne? Auf einmal kommt so ein Arm um meinen Hals und er blockiert ihn noch auf der anderen Seite, ne? Also, für dich ist kein Rauskommen in dem Moment. Der Typ neben mir, also auf dem Beifahrer, du musst dir vorstellen, drei Leute sind in meinem Auto, ich bin Fahrersitz, einer ist Beifahrer, zwei sind hinten, so. Der eine kommt von hinten, wirkt mich so, der andere neben mir, so ein richtiger Spacko, weißt du, was ich meine? So ein richtiger, alleine, Bruder, hätte ich ihn als Tarnstocher benutzt, weißt du, was ich meine, so, alleine, ich hätte seinen Kopf in seinen Arsch reingesteckt, so, weißt du, was ich meine? Ich hoffe, er hört das jetzt auch, oder sieht das vielleicht, weißt du, nur damit er weiß. Ich hätte seinen Kopf in seinen Arsch gesteckt, wenn er alleine gewesen wäre, so, weißt du? Und keiner von denen hätte sich alleine getraut, weißt du, Lutscher sind einfach, weißt du? Auf jeden Fall spüre ich diesen Arm hinter mir und das Ding ist, bei sowas, ich kenne keinen Spaß, weißt du? Weil das ist bei mir dann so, Klaustrophobie kommt dann, weißt du? Genauso, wenn du mich im Wasser, unter Wasser drückst und sowas. Ich war zwar zehn Jahre im Gefängnis, Klaustrophobie hört sich jetzt ein bisschen komisch an, so, ne, aber das sind so dieses, wenn ich mich gar nicht bewegen kann oder gerade, wenn es mit Luft, was mit Luft zu tun hat, ne, so dieses ich erstickemäßig, Alter, ich, weißt du, was ich meine? Das ist, äh, Dings. Ich wusste aber, den Ernst der Lage einzuschätzen, so, weißt du, was ich meine? Und ich wusste so, ey, das ist jetzt hier, äh, äh, das kann jetzt in viele Richtungen führen, dieser Fall, so, ne? Und dann erwirkt mich von hinten, der andere fängt an, schon meine Taschen zu durchsuchen, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Nimm mir das Geld weg, so, weißt du, was ich meine? Äh, äh, steigen aus, wollten erstmal noch den Autoschlüssel und so weiter und so fort und hin und her, ich hab den Autoschlüssel gerammt, ich so, ey, verpisst euch, so, ne, nehmt das Geld, verpisst euch einfach, das Auto gehört nicht mir, gehört meiner Freundin, verpisst euch einfach, so, weißt du, was ich meine? So, ähm, ja, so eine Sache, dann wollten die noch mein Handy nehmen, äh, Handykarte, die haben zu viele Filme geguckt, glaube ich, in Hollywood, die dachten, die machen jetzt ein richtig riesen Ding, so, ne, wir müssen ihm sein Handy wegnehmen, Karte rausnehmen, rausschmeißen, damit er noch die Karte suchen muss, bis da jemand anrufen kann, so eine Filme, Bruder, ich weiß nicht, wie lange die geplant haben, so, keine Ahnung, so, also richtige Meisterdiebe auf jeden Fall, bin ich da, äh, ja, aber in dem Moment, Bruder, was willst du machen? Klingt nach Amateure auf jeden Fall und wie es oft so ist, wenn du schon sagst, es waren drei Lutscher, dann ist es ja meistens, deswegen hat sich das wahrscheinlich auch so lange hingezogen und, ähm, bis die sich dann an die Eier gepackt haben, aber auch, ähm, wie, bist du danach damit umgegangen? Mir kommt so vor, als ob du nie so rachebedürftig warst, auch was die Kombigeschichte angeht und so weiter, dass du sagst einfach, hast du das dann so slideen lassen oder? Äh, nee, Bruder, weil ich wusste ganz genau, äh, äh, wenn ich jetzt Rache übe, ich vermute sowieso, dass es eine Racheaktion war, ja, weil ich jemand anderen abgezogen habe. Ach so, das... Weißt du, was ich meine? So, äh, 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 ich vermute, dass es eine Racheaktion war, ehrlich gesagt, weißt du, weil, wie gesagt, ich bin auch kein, äh, ich hab abgezogen und ich wurde abgezogen, also beides, weißt du, was ich meine? Ich war sowohl Opfer als auch Täter, weißt du, beides so, und ich glaube sogar, ich bin sogar zum Opfer, zum Täter geworden, Bruder, weil es war zuerst so, dass ich halt, ich halt davon gar nichts, erst mal abziehen und sowas, weil du bist einfach ein Idiot, so. Du solltest viel mehr, äh, 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 versuchen, das, 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 das Geschäft dahinter zu sehen, also erst mal, wir distanzieren uns von Kriminalität natürlich, ne, aber zu dem Zeitpunkt war das meine Denkweise einfach, ähm, dass, äh, ähm, ähm, dass du wissen musst, ähm, oh, warte, Bruder, jetzt hab ich den Faden verloren, Alter. Ja, äh, einfach langfristig, die meisten denken da nicht langfristig. Genau, 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 Bruder, deswegen, äh, musst du dir so vorstellen, ähm, ich, 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 ich halte nichts davon, ich hatte immer mein Geschäft im Auge, deswegen hab ich den Leuten immer gesagt, warum ziehst du Leute ab, du kannst doch einfach verkaufen, das als Business sehen und fertig, weil diese Leute haben sich auch, diese Abzieher haben sich auch als Businessleute gesehen und so, aber die haben sich einfach alle ihre Kunden vergrault damit und das wollte ich nicht, aber irgendwann ist das so ein, zwei Mal passiert bei mir und dann hab ich so gedacht, ey, wisst ihr was, Alter, so, geben und nehmen so mäßig, fressen oder gefressen werden und so, okay, und dann hab ich auch damit angefangen, Leute abzuziehen, weißt du, was ich meine, so. Und das ist einfach das Schäbigste, was es in der Drogenhandelsszene gibt, weil du musst dir vorstellen, ich bin derjenige, der hat sich diese Scheiße unter Risiko, äh, unter Risiko aus, also, äh, aufgebaut, ja, so. Und jetzt kommst du Pisser von außen, der sich die Mühe nicht machen will und der sich die Arbeit nicht machen will und der das Risiko nicht eingehen will und, und, weißt du, was ich meine, und schnappst sie einfach so, weißt du, das ist so, das ist so, du bist, du bist ein, du bist ein Parasit, so, du bist ein Parasit. In der Drogenszene gibt's halt nicht, äh, viele Leute, wo der Verstand ihre Handlungen kontrolliert, so, gerade unter Suchtkranken halt, ne, da gibt's auch viele Impulsiventscheidungen und so weiter. Genau, genau. Ähm, warst du dann, also, waren die nächsten Gerichtsverhandlungen dann auch, ähm, waren das dann auch das Thema halt, auch Dealerei oder so, wo du es da wischst mit einer Waage oder mit irgendwas? Äh, ja, das war tatsächlich, tatsächlich war das der, meine erste Haftstrafe. Achso, das heißt. Meine erste richtige Haftstrafe, also, ich war schon davor viermal Jugendarrest und so. Das war aber Einbrüche oder was? Ähm, nee, die, die Jugendarrest hatte ich, äh, Diebstahl war dabei, einmal ganz witzige Geschichte, Bruder, ich war einfach in Jugendarrest, weil ich Schule geschwänzt habe. Was? Ich schwör bei Gott, das hört sich jetzt richtig kriminell an und richtig gefährlich und so, ne, und deswegen halt euch fern von mir, ja, ich bin ein richtiger Gangster. Okay, also, diebstahl haben die dich laufen lassen, aber Schulenschwänzen haben die dich eingebuchtet, richtig? Ja, 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 einfach Schulenschwänzen so, weißt du, ich muss mal hin, einfach für Schulenschwänzen war ich im Knast, das kann sich kein Mensch vorstellen heute, ne. Okay. Äh, ich weiß auch nicht, ob heute immer noch Kinder in den Knast geschickt werden, weil sie Schule geschwänzt haben, das weiß ich nicht, aber ich war tatsächlich einmal wegen Schulenschwänzen drin, ne. Wie viel muss man schwänzen, damit man eingesperrt wird? Also, ich hab, äh, ich wurde von der Realschule auf die Hauptschule, weil ich geschmissen wurde, ne, auch wegen Haschisch wiederum und so weiter und so fort, ich wurde gedroppt so und musste dann auf die Hauptschule und, äh, hab mich auf der Hauptschule komplett unterfordert gefühlt, ne, also, ich kam dann nach der, nach den Sommerferien, mein Kopf war vom LSD zerfickt, so, ne, und ich komm dann nach den Sommerferien in diese scheiß Klasse rein, so, bin multikriminell des Todes gerade, ne, bin wild bis zum Getno, sitzt dann da und der, der Lehrer geht dann so an die Tafel so und schreibt dann so, ja, nochmal ganz kurz zum Wachwerden, Sommerferien, bla 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 und so weiter und so fort, ich fang mir an so und schreib dann so an die Tafel Matheaufgaben und ich guck so an die Tafel und ich schwöre, ich mein, ich hab den ganzen Sommer so immer so LSD-Trips gemacht und so, ne, das heißt, ich schwöre, mein Kopf war wie ein Schweizer Käse, so löchrig, so, ne, Gedanken, so, Konzentrationsschwierigkeiten und so, ich kann mich nur erinnern, ne, ich saß da und dachte mir so, oh, konzentrier dich, Digga, damit keiner merkt, wie durch du eigentlich bist, so, sitzt dann da in dieser Klasse so und dann schreibt der Lehrer irgendwelche Aufgaben an die Tafel, ähm, 10 mal 10, 10 mal 15, äh, weißt du, was ich meine, so eine Sache, Digga, so 10 Stück oder so, schreibt er hin und gibt den Leuten halt Zeit, so, ne, so, löst mal die Aufgaben. Ich sitz da, ich guck, beobachte so die Leute und ich seh so, nein, er knabbert so auf seinem Bleistift so, 10 mal 10, ich guck so den anderen, Alter, ich so, was ist hier los, Alter, was das für eine degenerierte Klasse hier, Alter, wo bin ich gelandet, Alter, weißt du, ich bin voll im Drogenrausch, Alter, und ich klär das im Kopf, was ihr hier gerade macht, so, was ist los mit euch und der Lehrer, meint ihr das ernst, Alter, so, das ist ein Prank gerade, was passiert hier gerade, so, ich war komplett schock, so, ne, und ich hab da drei Wochen ausgehalten, so, und danach bin ich nie wieder hingegangen, so, also ich hab das komplette Schuljahr einfach komplett drauf geschissen, so, ja, und das war halt quasi auch vor, das war auch die, 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 die Phase so kurz vor der ersten richtigen Haftstrafe, so, das hat auch direkt dann, ich bin dann, von dieser Schule hab ich geschwänzt und während dieses Schwänzens, ich weiß gar nicht mehr, ob das Schuljahr noch zu Ende gegangen ist überhaupt oder ob ich schon vorher inhaftiert wurde, das weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaub doch, das ganze Schuljahr ist zu Ende gegangen und genau, ja, genau, weil ich bin ja Sommer dann reingegangen, ja, Sommer, das müsste dann, genau, ich hab genau ein Jahr geschwänzt so und dann kam der richtige Dong quasi. Aber es war Jugendarrestzeit, ne, 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 das war schon, die Jugendarrestzeiten waren davor, es waren so ein, du kriegst das mal eine Woche, dann kriegst du zwei Wochen, dann kriegst du drei Wochen, dann kriegst du vier Wochen, maximal, das war's, wenn du das Spiel durchgespielt hast, gibt's keinen Jugendarrest mehr, ab da kommt die richtige Haft. Okay, wie war denn der Jugendarrest, was hatte das für eine Einwirkung auf dich? Äh, Bruder, gar keine so, gar keine. Kamst du raus und alles war wie davor? So ganz und ganz, ich hab da drin, ich hab geschmuggelt da rein, ich hab verkauft da drin und so weiter und so fort, also ich war, beim ersten Mal war ich sauber, beim ersten Mal bin ich reingegangen eine Woche, ich war ein bisschen nervös, was Neues und so, wer weiß, was kommt und so, hab erstmal alles analysiert, wie läuft das hier, wie sind die Kontrollen, wie viele arbeiten hier und so weiter und so fort und hatte dann quasi schon fürs zweite, dritte und vierte Mal, okay, ich weiß, wie es funktioniert, ich kenne das System, ich weiß, wie ich schmuggeln kann, so mäßig, ne, so und dann hab ich dann das zweite, dritte und vierte Mal hab ich immer Drogen mit reingenommen, also Haschisch oder Gras halt, ne, so und hab dann einfach alles aufgekauft, was es da drin gab, so der eine hat einen CD-Player gehabt, der eine hat eine CD von R. Kelly gehabt, tp2.com kam damals raus, frisch, weißt du so, R. Kelly ist ein schwieriges Thema, ich weiß, aber damals war es noch anders ein bisschen, sowas, ne, und ja, so, erstens hab ich geraucht, für mich so, jeden Abend so einen Joint oder so, ne, so zum Schlafen gehen mäßig so und plus ich konnte noch ein bisschen verkaufen und so weiter und so fort, also das heißt, was soll ich da, was soll ich da, die Taten sprechen schon für sich, so, ne, dass ich, ich geh in Jugendarrest und ich fabriziere dort noch weitere Straftaten quasi. Und akquirierst neue Kunden? Kunden eher nicht, Kunden eher nicht, Bruder, weil du musst dir vorstellen, Raum Niedersachsen, zusammengewürfelte Jungs, ab und zu triffst du mal jemanden aus deiner Stadt und so, ne, aber den kennst du sowieso schon, von daher, das sind dann meistens Jungs aus der Umgebung, das heißt, das werden nie deine Kunden werden. Der eine kommt aus Göttingen, der eine kommt aus Hannover, der eine kommt aus Wolfsburg, der eine kommt aus Braunschweig, so. Aber die erste richtige Haftstrafe war dann doch wegen Dealerei, ja? Die erste richtige Haftstrafe war nicht mal wegen Dealerei, weil die konnten mir Dealerei gar nicht so richtig nachweisen, so. Und das war eine ganz, ganz wilde Geschichte eigentlich, die hab ich so, glaub ich, auch nie erzählt. Die hab ich so noch nie erzählt, tatsächlich. Und zwar geht ein Kumpel von mir, der auch zum Teil Geschäftspartner so ein bisschen war, mehr oder weniger, wir gehen grad nach Hause vom Kumpel, wo wir gechillt haben, geraucht haben und so weiter und so fort, das ist zwei, drei morgens ungefähr, wir gehen mitten durch die Stadtmitte, Wolfsburg, nach Hause gerade. Wir hatten ungefähr den gleichen Weg, so. Er hat ungefähr 25 bis 30 Gramm dabei und eine Digitalwaage, ich hab 25, 30 Gramm mit einer Digitalwaage dabei, ne, wir, so. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, auf einmal kommt eine Streife. Und so, scheiße, Alter, scheiße, scheiße, die fahren erstmal so vorbeimäßig an uns, so, und dann, wir gehen so, scheiße, 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 lass mal hier um die Ecke. Okay, wir gehen um die Ecke und wir sehen schon, weil überall sind Glasfassaden und so, die Lichter spiegeln sich von dem Bullenwagen, ne, und wir sehen schon die Spiegelung und so, scheiße, 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 komm hinterher. Aber weglaufen, Bruder, in dem Moment war so weitläufig und so weiter und so fort, das war, äh, keine Ahnung, vielleicht haben wir auch so verpeilt den Punkt oder so, vielleicht waren wir auch dicht einfach des Todes und dachten so, ey, jetzt laufen, Alter, Bruder, ist gar nicht cool, so. Auf jeden Fall haben die uns angehalten und ich glaube, wir dachten, wir kommen da irgendwie durch die Kontrolle durch, weil wir haben ja nichts gemacht, nach unserem Empfinden, so, ne. Auf jeden Fall kommen die Bullen so, halten uns an, dies, das, jenes, ja, Person, Personenkontrolle und so weiter und so fort, wieso, wie Personenkontrolle, wie kommen sie auf uns überhaupt, was soll die Scheiße und so. Ja, hier wurde ein Handyladen eingebrochen und die Beschreibung passt genau auf euch. Also, ich hab nichts gehört von einem Handyeinbruch, ich war in der kriminellen Szene, ich hätte das normalerweise, entweder wäre ich das selber oder ich hätte jemanden gekannt, der das gemacht hat, weißt du, was ich meine, so, also, äh, Handy, ja, klar, Handyladeneinbruch, natürlich, 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 kein Problem, ja, ja, okay, okay, okay. Die fangen uns an, uns zu durchsuchen. Ähm, mit meiner Kontrolle waren sie schneller fertig, ich glaube, weil sie mit mir ein bisschen eher angefangen haben. Ähm, ich war schon fertig und ich hatte damals so eine Southpulljacke, so eine richtig teure Southpulljacke, die war so weich und mit so vielen Federn gefüttert, ne. Das war unnormal, das war wirklich auch so eine Traumjacke damals, so, ne. So, äh, äh, und die hatte eine Besonderheit, die hatte hinten am Rücken so eine Riesentasche mit so einem Klettverschluss. Ey, ich schwöre, die Tasche war ungefähr, über den ganzen Rücken wirklich, ne, über den ganzen, die Tasche war so ungefähr, so, so, bis unten, so, so. Das heißt, wenn du den Reißverschluss hier aufgemacht hast, ey, du konntest da Handys, Haschischplatten, ey, du konntest da alles bunkern, ne, das war so, ey, unfassbar. Und da habe ich meinen Haschisch und meine Waage drin gehabt, da drinnen, so. Äh, und ich, äh, der Bulle natürlich, ne, ziehen sie Jacke aus, blablabla und so weiter und so fort. Ich so, ja, okay, ich ziehe meine Jacke aus, ich denke mir so, scheiße, scheiße, ich gebe ihm so die Jacke. Und kennst du das, wenn du gar nicht hingucken willst? Du willst gar nicht hingucken, was jetzt passiert und so und ich gucke weg und ich denke mir so, ey, unfassbar. Auf einmal sehe ich so meine Jacke von rechts kommen. Er so, ja, hier, jetzt schön. Können Sie es schon wieder anziehen. Ich so, fertig, ja? Er so, ja. Ich so, okay. Ich ziehe so meine Jacke an, so, bin doch so, was ist hier los, was passiert hier gerade und so. Und denk mir aber so, okay, korrekt, Alter, ich bin durch eigentlich. So, ich bin durch. Jetzt gehst du noch um meinen Kumpel, so. Und dann war ich natürlich interessiert, ne? Stand da quasi mit dem anderen Bullen hinter ihm, während er gerade kontrolliert wurde von dem anderen Bullen, so. Und ich gucke ihn so an. Und ich denke mir so, oh nein. Er hat so eine Cargo-Hose an. Und aus der Cargo-Hose, wir hatten damals diese Kernwagen. 280 Mark haben die gekostet. Darauf waren wir, das waren so Briefmarkenladen, haben wir die gekauft. Weißt du? Das waren so richtig so, darauf waren wir stolz früher als Dealer, so auf die Kernwaage. Die hatte so eine Lederhülle und so, ne? Und die auf 0,1 und so weiter und so fort. Also, das war so Arbeitsunterschied. Das ist so wie das Mikrofon jetzt, oder die Kamera, oder weißt du? So war das damals, diese Waage. Das war so Equipment-mäßig, so, ne? Und ich gucke so und ich so. Wir hatten beide die gleiche Waage. Ich gucke so runter. Nein, die Waage war lang. Die Kernwagen waren ein bisschen lang. Die waren wirklich ein bisschen unheimlich, so, aber die waren einfach geil, so. Qualitätsmäßig kam keiner daran ab. Von Kern, glaube ich, sogar. Von Kern, ja. Auf jeden Fall, die war ungefähr so groß. Und zu groß wie die Tasche. Er hat die Tasche nicht zugekriegt. Das Ding hat so ein Stück rausgeguckt, aus seiner Tasche. Und das Ding ist, eigentlich, eigentlich, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, wäre ich schon weg gewesen. Weil der Bulle hat zu mir gesagt, ja, ja, hier, hier, geh, 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 geh. Er wollte nicht, dass ich da überhaupt noch stattfinde an diesem Platz. Und ich aber, aus einer Loyalität heraus, ich will meinen Kumpel nicht allein lassen. So, weißt du, was ich meine? So, aus einer Loyalität heraus, sozusagen, hab ich noch mit dem Bullen angelegt und so. Obwohl ich meine, mein Waage und mein Haschisch noch habe, hab ich da voll den Wind gemacht. 18 Jahre, normal, Bruder, voll verrückt, so. Und, ähm, eigentlich wollten die mich weghaben, wie gesagt. Und das wäre meine Chance gewesen, weil ich hätte einfach weggehen können in dem Moment. Ich hätte einfach weggehen können. Das hätte genau gepasst, weil um die Ecke, waren so Gebüsche und so weiter und so fort. Ich hätte kurz um die Ecke, das weiß ich heute. Damals habe ich, nein, mein Kumpel, und wenn ich jetzt gehe, dann bin ich eine Pfotze, so, weißt du, so. Auf jeden Fall, ähm, wir kommen alleine, wir gehen alleine, so mäßig, okay. Aber diesen Gedanken hätte ich ruhig mal haben können, so, weißt du. Kurz um die Ecke, Hasch und die Waage, pff, wieder zurück und dann leg dich mit denen an, wie du willst. Weißt du, steig auf den Wagen von mir, Kack aufs Dach, wenn es sein muss. Weißt du, ich meine, du hast nichts zu befürchten, so. Aber nein, ich muck da noch auf, weißt du. Ich so, nein, ich gehe nicht und so. Und die geben mir schon Platzverweise und so eine Scheiße. Und ich sage so, nein, Mann, ich bleibe hier mit meinem Kumpel und so und hin und her. Und wie gesagt, ich sehe dann so, das hat sich in meinen Hirn gebrannt, so. Ich sehe so diese Waage und denke mir nur so, bitte, lass den Bullen blind sein, bitte. Und in dem Moment, er guckt schon an ihm herunter so, und auf einmal, ich schwöre es dir, das werde ich nicht vergessen, dieses, was ist das denn? Und zieht so mit zwei Fingern diese Waage raus. Ich so, scheiße, Alter, ich so, fuck. Und in dem Moment habe ich so versucht, langsam so, äh, Dings, weißt du, so. Habe mich langsam so, wollte mich so unsichtbar machen, so mit 1,90, ein bisschen schwer, weißt du. Und will mich gerade so entziehen der Situation, weil ich merke, ey, 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 ich werde gerade mitgefickt, so. Das ist jetzt, weißt du, so, fertig, so. Fuck, der Bulle schnappt mich direkt, nee, 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 komm mal her, komm mal her, komm mal her, und so weiter und so fort. Oder nochmal ausziehen, nochmal hier, nochmal gründlich gucken. Nochmal gründlich gucken jetzt. Ja, und dabei haben sie es gefunden. Und ich hatte erst drei Wochen vorher eine Gerichtsverhandlung, in der es vom Richter hieß, äh, guck mal, das ist jetzt deine letzte Chance, okay? Deine letzte Chance. Ich schwöre bei Gott, also hat er es nicht gesagt, ne, das ist jetzt mein Ding, aber so hätte ich es gesagt. Er meinte, das nächste, die nächste Sache, egal wie klein sie ist, die nächste Sache, die du machst, du gehst rein. Aus, okay? So. Und das war drei Wochen war die Verhandlung vorbei und jetzt werde ich gerade um drei Uhr morgens angehalten, eine Waage- und Tascheschnitt gefunden. Ich wusste, du hast deine Jugendstrafe gerade, du hast gerade eingecheckt, so. Du hast gerade im Knast eingecheckt, offiziell, so. Ich so, scheiße, 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 scheiße. Ja, und so kam es dann auch, dass wir beide quasi als Mittäter verurteilt wurden, zu genau der gleichen Strafe, ein Jahr und drei Monate. So, äh, ja, so. Und der Unterschied war halt nur, dass wir in verschiedenen Gefängnissen gesessen haben, weil er im Offenen bleiben durfte. Und ich, weil ich dachte, ich bin der größte Gangster und viele Knastfilme gesehen habe, ich dachte, ich muss da reinkommen und direkt so den Max markieren, weißt du? So, direkt so ein paar Leute unterdrücken, damit alle wissen, so, mit mir mache ich keinen Faxen, so, ne, so. Und das habe ich auch gemacht dann, während der Aufnahmezeit. Er war schlauer, hat sich klug verhalten, war ruhig, so. Und mich haben sie direkt nach zwei, drei Wochen geschlossen, abgeschickt, so meinten, nee, nee, so einer wie du, Offene, kommt gar nicht in Frage, so, weißt du? Wir haben in verschiedenen Anstalten quasi abgesessen, haben trotzdem Briefkontakt gehabt, so, wie ist und das und die und das und so. Aber Vollzeit abgesessen, ja? Äh, Vollzeit, aber du wirst es lachen, du wirst lachen. Die wollten mich zwei Drittel rauskicken aus Haft. Nach zwei Drittel Strafe wollten mich rauskicken. Ich hatte noch drei Monate offen. Die wollten mich eigentlich aus dem Knast rausschmeißen, so. Und haben mich runtergerufen zum, äh, das war nicht der Anstaltsleiter, sondern der Hausleiter quasi, weil da gab es so zehn Häuser in Hameln, so. Und, äh, ruf mich nach unten. Ich dachte, ich kriege wieder auf den Kopf, ne, so. Äh, und er sagt zu mir, ja, hier, so und so und so und so und so, ähm, zwei Drittel. Der Zeitpunkt ist da. So, sie können nach Hause. Und jetzt kommt's. Ich weiß nicht, also, heute ist es schwer, auch für mich nachzuvollziehen, aber, äh, ich sag's ihm, ich will nicht. Warum? Und jetzt kommt's, die Begründung kommt ja, also, es war schon damals, es war eine Begründung da, ähm, und zwar, und er hat mich genauso wie du angeguckt, so skeptisch, und so hat mich so, so, was ist mit dir, Dicker? So, was stimmt nicht mit dir? So, ne? Vermissen dich deine Eltern nicht? Hast du keine Freunde? Willst du nicht nach Hause? Willst du nicht, äh, dich normal frei bewegen, und so weiter, und so fort? Willst du nicht entscheiden, was du isst, und was du tust, und so, ne? Und ich sage zu ihm, original, original sag ich zu ihm, gucken sie mal, ich bin jetzt 19, ich bin wild, ne? Also, ich hab quasi 18, ich bin dort 19 geworden, quasi. Äh, ich bin jetzt 19, so, und, äh, ich bin wild, sag ich, mein Kopf ist behindert, ich, äh, werde weiter kriminell sein. Ich werde weiter Scheiße bauen, ich weiß das. Ich kenne mich, ich weiß es, ich werd Scheiße bauen, Mann, so. Wenn du mich jetzt entlässt, nach zwei Drittel, hab ich Bewährung am Arsch. Bedeutet, wenn ich jetzt rauskomme, meine erste Straftat, ich geh direkt wieder rein. Direkt bin ich wieder drin. Aber wenn ich ohne Bewährung rausgehe, hab ich ein, zwei Dinger frei. Weißt du, was ich meine? Zwei Freispiele, so. So mäßig, weißt du? Das war ohne Witz, genau so hab ich's gesagt, wenn ich lüge, mich soll jetzt der Teufel holen. Jetzt, genau jetzt. Weißt du, was ich meine? So. Äh, das ist, äh, so, so bescheuert war ich drauf, Bruder, so bescheuert war ich drauf, dass ich abgelehnt habe, drei, vier Monate früher rauszukommen, weil ich wusste, weil ich langfristig wieder gedacht habe. Langfristig. Jeder Idiot hatte gesagt, ja, nehm ich. Weißt du, sofort, schnapp ich zu, so. Aber ich wusste so, ey, Bruder, du hast vieles vor draußen, so. Und in Haft hat sich auch quasi mein, ähm, mein Mindset so ein bisschen gegenüber meinem Geschäft geändert. Vorher war das immer so, ich hab verkauft und hab verballert. Verkauft, verballert, verkauft, verballert. So ging das die ganze Zeit, so ein Kreislauf. Weißt du, was ich meine? Weil ich mir dachte, ey, Geld kommt immer frisch rein. Es kommt jeden Tag frisches Geld rein. Du kannst einfach ausgeben. Und wenn du mal nix hast, dann wartest du so eine halbe Stunde, bis der nächste anruft, boop, hast du wieder 50 Euro. Das geht die ganze Zeit so. So. Und im Knast dann hab ich angefangen zu überlegen, Alter. Ich so, okay, wo sind deine Freunde eigentlich jetzt, die du die ganze Zeit durchgefüttert hast? Wo sind die eigentlich jetzt gerade? Was machen die gerade? Von wem lassen sie sich jetzt durchfüttern? A. So. Warum schreibt dir keiner einen Brief? Bruderschaft forever, bla bla bla, diese ganze Kacke. Weißt du, was ich meine? Keiner, original keiner. Einfach original keiner hat geschrieben, Bruder. Original. Der Einzige, mit dem ich Kontakt hatte, äh, 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 war halt mein Mittäter. Weil er auch im Knast war quasi, weil wir dieselbe Situation hatten. Mit Detail, dies, das, jenes und so. Wir haben da alle paar Monate, glaube ich, haben wir so einen Brief ausgetauscht oder sowas. Jetzt nicht so wie Brieffreunde jede Woche. Ey, Bruder, dein letzter Brief und jetzt antworte ich dir und bla bla, das und so. Auch ganz entspannt so. Und, ähm, äh, ja, und es kam kein Brief von meinen Kumpels einfach. Niemand. Das war für mich der erste Wake-up-Moment so, wo ich gedacht habe, ah, okay, ihr kleinen Wichser. Wir sind Freunde, wir sind Brüder, wir sind dies, das, jenes. Okay, okay, ich hab verstanden, kein Problem. Und dann hab ich überlegt, ich so, okay, hab ich so geguckt, ich so, Alter, wie viel Geld hab ich eigentlich rausgeschmissen von dem, was ich unter Risiko mir verdient habe? Wie viel hab ich rausgeschmissen für, komm, ich lad hier zwei Leute ein bei McDonalds, komm, wir fahren hier irgendwo hin, ich bezahl den Tank, komm, wir machen hier, ich zahle, komm, ich schmeiß hier fünf Gramm, komm, ich schmeiß hier, verstehst du, was ich meine? So, hab ich überlegt, überlegt. Ich so, ey, bin ich eigentlich dumm, Alter? Bin ich eigentlich komplett verblödet, Alter? So, ich hätte mir was leisten können. Ich hätte mir ein Auto kaufen können. Ich hätte keine Ahnung, was machen können, so, ne? Und da war für mich so, wenn ich rauskomme, werde ich das Ganze wie ein Geschäft betrachten. Wie ein Geschäft, so. Komm, nicht mit deinem Bruder mal Bruderfilme, auch wenn wir zusammen rumhängen. Mach mir nicht diese Bruder, Bruder, Bruderfilme. Willst du was, kauf. Ich geb dir besser, aber kauf, okay? So, das heißt, du kriegst nicht mehr in meine Tasche rein und jeder, der versucht hat, zu tief in meine Tasche zu kriechen, hab ich abgesägt einfach. Weißt du, was ich meine? So, fertig, ganz einfach. Ganz einfache Geschichte. Das ist mein Geschäft. Du gehst auch nicht zu Rossmann an der Kasse, wenn da deine Mutter arbeitet und sagst, kann ich Duplo nehmen und Hanuta und so weiter und so fort, kannst du auch nicht einfach so rausnehmen. Weißt du, wer bin ich denn, Alter? Bin ich Selbstbedienungsladen oder was? Dass du kommst und ja, gib mal hier einen Gramm, gib mal da einen Gramm, gib mal hier einen Gramm und so weiter und so fort. Ich riskiere hier meinen Arsch, Alter. Und ich gehe dafür im Endeffekt auch in den Knast und ich sitze das ab, so. Du sitzt dann da und machst gar nichts einfach, so. Du schreibst nicht mal einen Brief, du Esel, so. Was ist mit dir los, Dicker? So, was ist mit dir los? Ein Brief, Dicker? Jetzt mal ernst, ich erwarte von dir keine fünf Seiten, Alter. Ich erwarte von dir einen Diener-Vier-Zettel, der nur nicht mal ganz bedruckt ist mit Schrift, so, wo du einfach nur fragst, ey, Bruder, wie geht's? Ich denke an dich, geht's dir gut? Brauchst du irgendwas? Ich bin sowieso ein Mensch, der sagt, ich brauch nix. Sogar wenn ich die größte Not bin, ich sag dir, ich brauch nix. Weißt du, was ich meine? So, und das wussten die Leute auch, dass ich niemanden irgendwie jetzt, ja, hier, bring mal das, bring mal jenes, bring mal hier, organisier mal einen Hubschrauber und keine Ahnung, was für eine Scheiße. Weißt du, was ich meine? Ich bin doch kein El Chapo, so, weißt du? Und dementsprechend, ja, war dann für mich so, okay, wenn ich rauskomme, werde ich das Ganze wie ein richtiges Geschäft auch betrachten und führen auch. Weißt du? Ist vorbei mit Bruder, Freundschaft, dies, das, jenes. Aber wenn du dann draußen bist, wirst du wieder von diesem Dunstkreis so ein bisschen eingesogen und obwohl du diese Illusion einmal erfahren hast, also diesen Illusionsbruch einmal durcherlebt hast, kommst du dann raus und bildest dir ein, diesmal bin ich schlauer, diesmal werde ich die Menschen anders analysieren. Diesmal werde ich die Spreu vom Weizen trennen. So, ne, so. Und bin damit ein zweites Mal auf die Fresse gefallen, verstehst du? Ja, weil bei der nächsten Inhaftierung war wieder keiner da, weiß ich, was ich meine? So. Aber wie wurdest du denn, also wurdest du doch wieder ein bisschen weichgeklopft, kann man sagen, oder so, was hat sich denn geändert, wenn du meinst, du bist mit einem neuen Mindset rausgekommen? Ja, ja, ja. Und wie bist du dann von dem wieder abgerückt, meine ich? Man ist, weißt du warum? Ich glaube, das hat was damit zu tun gehabt, dass Voicebook eine relativ kleine Szene ist, ne, und das sind immer dieselben Leute, ne, und so weiter und so fort. Man ist zusammen aufgewachsen und dies und das und jenes, weißt du, ich meine, so. Und, ja, im Endeffekt hat sich das dann so weiter ergeben, ne. Das ist einfach so, das sind deine Kreise. Das sind deine Kreise. Wo willst du hin? Weißt du, wo willst du hin? Da spielt das Leben, da spielt die Musik, da verdienst du dein Geld, das ist der Dunstkreis halt quasi, weißt du, was ich meine? Also gab es jetzt einen Upstep dann bei der Dealerei oder nicht, oder hast du das alles auf dem selben Level gesehen? Ne, es gab schon, ne, das Mindset habe ich weiterbehalten. Ich meine nur, ich habe wieder den Fehler gemacht, habe mich wieder mit Leuten eingelassen, habe wieder den gleichen spendablen Lifestyle gepflegt, bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Punkt. Ich war schon ein bisschen sensibler dafür, ein bisschen differenzierter und so weiter und so fort, aber im Grunde habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht. Also weil du meintest, dass du schon das Mindset hattest, wenn Leute zu tief in deine Tasche greifen wollen, hast du die schon abgesägt? Genau. Oder hast du dann doch wieder dich hinreißen lassen und deine Großmütigkeit wurde wieder ausgegeben? Nein, nur bei bestimmten Leuten, wo ich dann wiederum dachte, ah, jetzt sind es Brüder. Weißt du, ich meine, du denkst so, okay, das war so mit 14, 15, 16, da habe ich mir eingebildet, Brüder, aber waren eigentlich keine Brüder. Dann komme ich raus, dann denke ich mir, jetzt bin ich ja schlauer, jetzt habe ich gelernt, jetzt habe ich eine andere Maske, die ich drauflegen kann, eine andere Schablone, um zu filtern. Wer ist gerade, wer nicht. Wer ist loyal zu dir, wer nicht. Und ja, wie gesagt, ein zweites Mal auf die Fresse gefallen, obwohl diesmal ein Kumpel war da, der direkt da war, der auch Geld eingezahlt hat und so weiter und so auf Kass, dass ich einkaufen konnte und so weiter und so fort. Also da gab es einen, aber sonst so, die anderen, das war so mehr oder weniger so, die mussten das durch Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren, dass ich im Gefängnis gerade sehr, sehr angepisst bin. Weißt du? Und erst danach dann kam dann die Meldung von denen. Weißt du, das habe ich aber nicht mehr ernst genommen, weil die Meldung kam erst danach, nachdem die durch meine Ex-Freundin erfahren haben, dass ich komplett abgefuckt bin auf alle, von wegen so, was ist los mit euch? Ja, wo seid ihr? Weißt du? So, ja. Du wirst alleine das Geld zur Bank bringen und auf dem Weg zur Bank werde ich dich abfangen. Ich werde quasi kurz vor der Bank stehen, ich werde dich abfangen. So, ich werde eine Pistole haben in meiner Tasche und ich werde dich damit quasi entführen mäßig. Okay? Das heißt, ich werde dann hinter dir kommen, werde dir einen Gegenstand in den Rücken halten, so dass du spürst es, aber die anderen sehen das nicht richtig, so undercover mäßig. Und dann werde ich dir sagen, du gehst an der Bank jetzt vorbei. Du gehst jetzt nicht in diese Bank rein. Hast du verstanden? Okay, so. Und dann losse ich dich weiter. Natürlich habe ich ja schon gesagt, wo was stattfinden wird, aber sie sollte in dem Moment so tun, als ob, falls uns jemand beobachtet, damit für Augenzeugen auch alles später schlüssig ist und so, ne? Also, ich werde dich abfangen, damit für Augenzeugen auch alles später schlüssig ist.